du bist stufe 4 ja du bist auch stufe 4 dimensions verwirrung verwirrung könnte ich auch noch lernen so ich hoffe das klappt auch sonst ärgere ich mich gleich wieder dass ich für zwei zauber geld ausgegeben habe okay verwirrung kann sie schon mal nicht aber die schutzkugel kann sie das heißt die verwirrung können wir wieder verkaufen aber nicht jetzt da führt eine treppe nach oben ins obere stockwerk und hier sind sonst nur alte bücher also gucken wir mal ob wir nicht oben noch jemanden finden gut hallo ja nie mehr sie mal was für die die grobe fällt einfach so bei uns sein wir sind hier bei der vorbehaltung des rituals das habt ihr jetzt zunichte gemacht was meint ihr eure sphäre das hier ist ein laden und ich bin ein kunde vielen dank für die für die demonstration menschliche jetzt haut ab das ist ein menschen affe zu eurer information eine reihe bedeutender soziologen und psychologen hat postituiert postuliert das leben in einer zwischensphäre stehen die ihrem wesen nach weder privat noch öffentlich ist sondern in der wette von beiden täten schaufensterauslagen betrachtet man zum beispiel am besten als geistige konstrukte die das öffentliche bewusste impulsiert werden und eine massenkonformität zu erzeugen die allein aus der vermeintlich privaten domäne der verbraucherentscheidung abgeleitet ist gut das macht einen ja wirklich verrückt anhalten anhalten verdammt okay wir haben hier zwei magier gucken wir mal ob wir einen von denen verwirren wenigstens einen von denen verwirren können oh vier magier ich bin ganz vor äh furcht bannen bitte so ein bisschen furcht haben wir bannen können jetzt ist der geführt ihr habt eine aufgabe jetzt kannst du mal ordentlich furcht bannen wirken jetzt geht der nicht schneller ich bin wirklich nicht mit ganzem herzen so war hier noch nicht noch irgendwo einen von denen genau so dankeschön ah Talisa und Kalli sehen nicht ganz so frisch aus erstmal ein level up bei dir bitte kipp mir jawohl schwere Wunden heilen alles andere ist nicht vom Belang Gift neutralisieren dafür sind die Gifte zu schwach Tiere beschwören bringt auch nicht viel Verteidigungskontrolle würde was bringen aber zurzeit ist schwere Wunden heilen einfach viel viel wichtiger so ihr heilt mal euch beziehungsweise Kalli troch so hier scheint sich nichts blindern zu lassen aber wir haben Magier die sich blindern lassen Wurffeile und Hoben haben die dabei kannst du die Hoben identifizieren? nein die Wurffeile auch nicht die wollen Betäubungspfeile und Schutz vor Elektrizität identifizieren Schriftrolle ist immer gut eine Zauberrobe Feuerschutzrobe Minsk die kam weg du hast noch Platz für einmal Glück Schutz vor Versteinerung hast du viel zu viel habe ich dir den Zauber nicht auch immer noch beigebracht ja einmal dann lösch ihn mal und nimm nochmal die Hexerei mit rein wenn du den nämlich so oft hast nochmal identifizieren ein Dolch und noch mehr Glück ein Ring und ein Zauberstab äh Ring da du viel zu überladen bist Ring und Geschicklichkeitsring Geschicklichkeit reduziert alles reduziert okay ein wertloser Ring und ich glaube die über die ganzen magische Feuerschutzrohbe Widerstand gegen Kälte ein Dolch die Identifizierungszauber durch plus 1 so Glück noch ein Feuerzauberstab und die Tränke können wieder zu dir du hast definitiv zu viel Zeug äh so nimm mal Schleuderkugel von hier ab ja nichts leichter als das so und hier oben ist sonst nichts mehr oder nein gut gut ja sie nimmt mir die Worte aus dem Mund was hast du dazu zu sagen was da passiert ist nur dann lasst mal sehen was ihr habt oh ja doch schöne Schauberstäbe hast du noch was zu sagen so das Ding haben wir jetzt auch jetzt gehen wir einmal um den Elfgesang herum du siehst wieder wie ein Dieb aus einen Augenblick bitte ich würde gerne ein Wörtchen mit euch reden ihr seid doch Söldner nicht wahr und keine übrigen Umteilen ich habe sowas in dieser Richtung sagen ich habe sowas in dieser Richtung sagen wenn ihr seid ihr es heißt übernehmt hier und da ein oder ein oder den ein oder anderen Auftrag mein Chef würde gerne mal mit euch sich gerne mal mit euch unterhalten weil sie gerade Zeit habt es ist ihm viel an einer Besprechung mit euch gelegen und es er will sie sich 50 Goldmülzen kosten lassen 50 Goldmülzen mögen für ein Ohr reichen aber ich habe noch eins das unterstützt sein will 50 Goldmülzen nur fürs Zuhören na gut ein gutes Geschäft so ist rechts folgt mir einfach ich zeuge euch den Weg zur Gilde wenn ihr nach der Losung gefragt werdet sie lautet Pfaffert wenn ihr dann in der Gilde seid sonst einfach ein Mann Alathos Rabenmahl Thuyibult ein Jüngling namens Niklas gab mir 50 Goldmülzen damit ich mich mit seinem Meister treffe ich soll ihm ein unscheinbares Gebäude folgen und das Kennwort Pfaffert nennen ok ahja was tut ihr da was tut ihr hier ihr solltet hier verschwinden ne es sei denn ihr wisst das Kennwort ja ich weiß das Kennwort nun ihr wisst das Kennwort also Spruch des Haars Pfaffert so ist richtig Kollege ihr könnt jetzt alle reingehen beinahe unter meiner Würde ok und wo können wir reingehen oh da können wir wohl reingehen was auch immer da hinten liegt Spitzbube ich hab so das Gefühl wir sind in der Diebesgele gelandet wir wollen guck dich mal kurz etwas um hier ist eine Treppe aber die können wir nicht betreten gehen da lässt er die Beute fallen und rett davon ja ja ich weiß schon wie ihr seid die neuen Kollegen wie ich vermuten keine Ahnung was das nun wieder soll es gibt hier mehr als genug Leute die ihr Diebeshandwerk von der Pika auf gelernt haben Alathos bräuchte sich nur mal umzusehen ich werde dafür dass wir erstmal einen kleinen Test mit euch machen bevor ihr hier irgendwelchen Umfunk anstellt wie sieht's aus ich habe keine Ahnung was ihr eben sagte sprecht ihr meine Sprache äh ja Fui Diebel und du willst ein Dieb sein allein schon das geschwollene Geschwafel das hält mir ja im Kopf nicht aus ich stehe schon ab zu scherzkriegst also ich mach die Beine okay Hussmann Rieser Alathos Ah ja Ja ich habe kein Wort von ihm verstanden ich suche hier etwas besonderes in der Diebesgilde eigentlich ich will nur nicht die Diebe färgern Au oder eine reingewirkt kriegen Autsch okay hier sind alle Dinger mit Fallen gesichert aber ich weiß in einer von den Dingern ist was besonderes und das möchte ich jetzt gleich noch finden okay es gibt drei Eingänge die Diebesgilde okay da war schon mal keine Falle drin vier Eingänge genau das nämlich so das ist nämlich Handbuch des Schnellen Handelns Nummer 3 unser drittes Handbuch ein typisches Handbuch des Schnellen Handels bietet dem Leser eine breite Palette von Tipps und Hinweisen in Bezug auf die Bewegung und Koordination seiner Hände und Füße dieser kleine Leitfaden wird von Menschen verschiedenster gesellschaftlicher Zugehörigkeit gerne zu Rate gezogen so auch von Dieben die ihre Fingerfertigkeit verbessern wollen und von Paladinen die sich eine Verbesserung ihres kämpferischen Geschicks erhoffen das Gehalte eines solchen Handbuches liegt in seiner Zauberkraft mit deren Hilfe eine Person ihre Geschicklichkeit um einen Punkt erhöhen kann leider verschwindet das Handbuch nach einmaligem Gebrauch Talisa erweise uns diese Ehre oder wie auch immer sie hat jetzt Rüstungsklasse minus 3 jetzt hat sie Rüstungsklasse minus 4 wegen einem Geschicklichkeit mehr ihr erinnert euch wie ich da am Anfang rumgewürfelt habe wie blöde jetzt wird nur noch Stärke Weisheit und Intelligenz alles andere haben wir schon gesteigert Geschicklichkeit, Konstitution und Charisma aber bevor es damit weiter geht erstmal ihm holen hier zur Truppe zurück gibt es erstmal wieder einen Cut also speichere ich bei wie viel sind wir jetzt gerade? 27 also LP 027 und da gibt es jetzt erstmal wieder einen Cut also bis gleich eure Anständigkeit ist erfrischt